Hallo, die herzlichsten Adventsgrüße nun auch von mir. Nachdem ihr Now, Mickey und Cody schon an den vergangenen Adventssonntagen zu hören und zu sehen bekommen habt, bin auch ich jetzt dran. Ich bin Yuki, und ich bin bestens mit den kleinen Robotern befreundet. Daher werde ich mit ihnen auf Weihnachten feiern, denn Weihnachten ist am schönsten im Kreis der Familie und der besten Freunde. Es grüßt euch zum 4. Advent, euer Yuki.